Sollte man bei Depressionen meditieren? Ist es gut, bei Depressionen zu meditieren? Oder ist es besser, nicht zu meditieren bei Depressionen? Wie würdest du meditieren gegen Depressionen? Das sind einige Fragen, die du dir stellen magst. Mein Name ist Sukadeh von www.yoga-vidya.de Zunächst die direkte Antwort. Ja, meditieren ist gut. Bei Depressionen und gegen Depressionen. Da gibt es inzwischen eine gute empirische Studienlage. Es gab ja im Jahr 2016 eine große Metastudie. Und die hat gezeigt, dass zum einen regelmäßiges Hatha-Yoga gegen psychische Erkrankungen mindestens genauso hilfreich ist wie eine Psychotherapie. Und es gibt auch einige Studien, die zeigen, dass Meditation gerade bei Depressionen hilfreich ist. Ich will das zu Anfang gleich so klar sagen, denn in den 70er und 80er Jahren gab es manchmal Bedenken gegen Meditation von Seiten der Psychologen. Es war irgendwo so die Angst, dass wenn jemand schon depressiv ist und er dann meditiert, dann rutscht er vielleicht noch mehr in die Depressivität hinein. Dann kreist er noch mehr in seinen Gedanken. Aber das war einfach ein irrtümliches Verständnis, sowohl von Depressionen als auch Meditation. Was macht denn ein depressiver Mensch den ganzen Tag? Vor allem wenn er so depressiv ist, dass er gar nicht zur Arbeit geht und dass er seinen Alltag nicht bewältigen kann. Was macht er? Die Kranken kreisen die ganze Zeit. Er ist in seinem depressiven Gemütszustand. Wie kommt er da raus? Die Meditation hilft dazu. Meditation hat nämlich verschiedene Möglichkeiten. Ich unterscheide ja gerne die Depressionen nicht nur im Grader. Es gibt die depressiven Verstimmungen. Es gibt die leichte Depressionen, die psychotische Depression. Und psychotische Depression braucht typischerweise die Behandlung durch einen Psychiater, der vielleicht sogar mit Medikamenten arbeiten muss. Aber die anderen Stufen haben auch drei verschiedene Arten. Es gibt die Depressionen, die verbunden sind mit Energiemangel. Als zweitens gibt es die Depressionen, die damit verbunden sind, dass man sich selbst nicht mehr spürt. Und als drittes gibt es die Depressionen, die mit großer Traurigkeit, Verzweiflung, vielleicht sogar mit Suizidalität oder Suizidgedanken verbunden sind. Bei allen drei Arten von Depressionen hilft Meditieren. Zum einen, Meditieren hilft ja, damit du neue Energie bekommst. Und das Meditieren ist so einfach. Vieles andere, was dir bei Depressionen empfohlen wird, wie Sport und so weiter oder regelmäßig zum Psychotherapeuten zu gehen, das braucht einiges an Anstrengung. Währenddessen, Meditation kannst du zu Hause machen. Es gibt Meditationsanleitungen, zum Beispiel als Video. Ich habe den ganzen Meditationskurs für Anfänger als kostenloses Internetvideo veröffentlicht, am einfachsten zu finden, über die Yoga Vidya App auf iTunes oder Google Play Store. Und dort kannst du dich in die Meditation führen lassen. Und Meditation gibt dir mit wenig Aufwand, du sitzt dir einfach nur ruhig, neue Energie, neuen Lebensmode, neue Kraft. Das Zweite, womit Depressionen oft verbunden sind, ist das Nicht-Fühlen. Und hier hilft auch Meditation. Gerade zum Beispiel, es gibt Meditationen, die auf die Chakras gehen. Du spürst dein Herz-Chakra, du spürst dein Stirn-Chakra, oder es gibt die Sushumna-Aktivierungs-Meditation, wo du deine Wirbelsäule spürst. Es gibt auch Body-Scan als Meditationstechniken, es gibt die Laya-Meditation, wo du durch die einzelnen Körperregionen hindurchgehst. Und das hilft auch, dass du dich selbst wieder spürst. Körper- und Energiesystem ist vermutlich eine der effektivsten Weisen. Du musst gar nicht erst versuchen, deine Emotionen und Gefühle zu spüren. Du spürst erstmal den Körper, den Atem, langsam spürst du auch das Prana, und dann spürst du auch den Rest. Und dann gibt es noch die dritte Art der Depression, die ist verbunden mit Verzweiflung, mit Traurigkeit, mit Suizidalität. In der Meditation lernst du dort zweierlei. Zum einen lernst du, dass du dich lösen kannst von diesen Gedanken. Die Gedanken mögen da sein, aber du kannst dich lösen von den Gedanken. Da mag Verzweiflung sein, da mag Traurigkeit sein, da mag Gekränktheit sein, da mag Sinnlosigkeit sein. Aber du bist nicht mehr traurig, sondern du nimmst die Traurigkeit wahr. Nicht du empfindest dich als und dein Leben als sinnlos, sondern du erlebst den Gemütszustand, der verbunden ist mit Gedanken der Sinnlosigkeit. Und so lernst du, ich bin das nicht. Und wenn du das festgestellt hast, dann ist dort Freiheit. Du musst noch nicht mal deine Traurigkeit loswerden, du musst nicht deine Verzweiflung loswerden, du musst nicht deine Gekränktheit loswerden, du musst noch nicht mal deine suizidalen Gedanken loswerden. Die haben alle ihre Berechtigung, mögen da sein. Und sie müssen dich nicht so belasten. Und das Nächste, was Meditieren bei Depressionen auch machen kann, Meditation erweckt deine Energien, und hast du wieder Energie und die Energie geht zum Herzchakra, dann kommt neue Freude. Und geht deine Energie zum dritten Auge, Agniachakra, hast du Intuition und plötzlich macht Leben wieder Sinn. Und Meditation öffnet dich zu einer höheren Wirklichkeit und plötzlich spürst du dich wieder in Kontakt. Und so ist Meditation sehr wirksam bei Depressionen und gegen Depressionen. Ja, und jetzt, wenn dich das selbst betrifft, lade dir doch jetzt eine Meditation runter, dass du meditieren kannst. Geh zum Beispiel auf den Google Play Store und suche nach Yoga Vidya, Y-O-G-A, neues Wort, V-I-D-Y-A. Lade dir, also entweder im Google Play Store oder im iTunes Store, lade dir die Yoga Vidya App runter und dann wirst du Schritt für Schritt geführt werden zum Meditationskurs für Anfänger. Meditiere damit. Oder geh auf YouTube oder geh auf Yoga Vidya Seite und auch dort findest du Meditationsanleitung. Warte nicht. Du kannst gleich anfangen zu meditieren. Meditiere jeden Tag, ein oder zwei Mal und du wirst merken, es wird dir schon bald besser gehen. Und wenn du noch mehr machen willst gegen die Depressionen, dann übe auch Tiefenentspannung und Yoga. Wenn du so tief in der Depression bist, dass du krankgeschrieben bist, hast du auch die Zeit dafür. Mache vielleicht parallel den Yoga Anfängerkurs als Videokurs und den Meditationskurs als Videokurs und so wird es dir schnell wieder besser gehen. Alles Gute. Und wenn du in psychologischer, psychiatrischer oder psychotherapeutischer Behandlung bist, das alles wird umso besser anschlagen, wenn du auch meditierst.